Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Es ging zum einen um die Situation der Familien, vor allem aber auch der Kinder hier in Deutschland. Es ging um Fragen der schulischen Bildung, es ging um die Frage von Unterstützungsmöglichkeiten, auch um das Thema Barrierefreiheit. Das wird für die Ukraine auch in den kommenden Wochen und Monaten auch in Zukunft ein noch größeres Thema werden als jetzt. Und um diese Fragen ging es und das haben wir miteinander besprochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.